Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freund des gepflegten Klemmer Steinbaus. Heute habe ich für euch mal wieder einen China Eigenimport mitgebracht. Man sieht es leider direkt an der Verpackung, die wieder einiges mitgemacht hat auf dem Weg. Und zwar habe ich dieses Set auf Temu bestellt. Für 3,50 Euro bekommt man es dort. Ein Hersteller direkt ist leider nichts rauszufinden. Er wird öfters mit YBL abgekürzt, aber mehr konnte ich da leider nicht rauslesen. Auf jeden Fall ist das so eine Space-Reihe von kleinen Steinchen. Auch die genaue Steineart war nicht rauszulesen. Ich gehe davon aus, dass es Diamond Blocks sind. Das finden wir aber natürlich im Laufe des Videos auch noch raus. Es gibt diesen Astronauten auch noch in einer anderen Variante. Da hat er so ein kleines Herz, was er hält. Das könnte vielleicht für Freunde von dem Light Stacks Herz noch eine ganz interessante Sache sein. Denn auch dieses Set, und das finde ich ist für 3,50 Euro, selbst für Diamond Blocks oder eben kleine Steine bemerkenswert. Dieses Set hier ist beleuchtet, sodass der Mond und anscheinend auch dieser Teil vom Anzug am Ende leuchten sollen. Ich bin da sehr gespannt drauf. Habe ich noch nie bei solchen kleinen Steinchen gebaut. 387 Teile soll dieses Set haben. Und ich würde sagen, ich mache die ganze Packung mal auf. Sie ist ja leider eh nicht mehr allzu schön. Und dann schauen wir uns zusammen die Steinetüten an. Und innen finden wir dann einen kleinen Teile-Trenner. In dieser Machart hatte ich ihn noch gar nicht. Also ganz cool kann ich in meine Sammlung legen. Dann haben wir die Beleuchtung. Das sind natürlich ganz billige LEDs. Aber mehr erwartet man ja auch in einem solchen kleinen Set für 3,50 Euro nicht. Ich bin mal gespannt, wie gut die funktioniert. Das testen wir natürlich am Set. Obwohl ich den Sicherheitsstift schon mal gezogen habe und es bisher leuchtet, Ich hoffe, dass hier beim Bau nichts kaputt geht. Und hier haben wir auch die Steinetüten. Auf den ersten Blick sehen die Steine wirklich sehr verdächtig wie Diamond Blocks aus. Und diese Trans-Yellow-Teile gefallen mir zumindest in der Tüte schon mal richtig, richtig gut vom Farbton. Über die Steinequalität reden wir aber wie immer während des Baus. Und dann haben wir noch so eine kleine Auffaltanleitung dabei. Wo die Kabel verlegt werden sollen, wird schon mal gezeigt. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Es ist alles auf Chinesisch. Dadurch kann ich euch jetzt leider nicht sehr viel von dem erzählen, was hier gesagt wird. Aber die Abbildungen sehen in Ordnung aus. Es sind natürlich kleine Abbildungen. Aber das ist so eine typische Diamond Blocks Anleitung bei wenigen Teilen. Ich werde natürlich berichten, wie es sich danach bauen lassen hat. Und hier habe ich auch nochmal die Teileliste für euch. Wenn euch das Ganze interessiert, könnt ihr euch das Video wie immer gerne an der Stelle anhalten, die euch interessiert. Immerhin haben wir jetzt auch eine Setnummer, mit der wir arbeiten können. Denn es ist die Nummer 9062. Und ich werde jetzt auch während des Baus mal schauen, ob ich zu dieser Setnummer noch ein bisschen mehr finde, als nur in der Temu-Anzeige. Das sieht gar nicht gut aus. Ich fange jetzt auf jeden Fall auch anzubauen und wir sehen uns dann entweder gleich mit dem fertigen Set wieder. Je nachdem, ob es was Spannendes zu berichten gibt, gibt es vielleicht einen Zwischenbauschritt. Lasst euch einfach überraschen und ich wünsche schon mal viel Spaß bei dieser Review. Und wir sehen uns das erste Mal tatsächlich schon während des Baus wieder. Denn wir finden hier zumindest bei der Beleuchtung wirklich einen großen Pfusch. Aber bevor wir uns diesen Pfusch anschauen, kann ich noch einmal etwas Positives zu dem Set sagen. Denn bis jetzt, der vierte Bauschritt ist drum, ist die Steinequalität von der Verbaubarkeit wirklich ordentlich. Wer gerne mal mit Diamond Blocks baut, hat hier auf jeden Fall gute Steine. Diejenigen, die Diamond Blocks nicht mögen, werden auch mit diesem Set keine große Freude haben. Ich finde aber auf jeden Fall die Trans Yellow Steine sehr schön. Und die kommen auch mit Beleuchtung gut zur Geltung. Aber die Beleuchtung schauen wir uns dann natürlich an, wenn das Ganze fertig gebaut ist. Der Pfusch in diesem Set besteht darin, dass wir ja eigentlich eine Batteriebox mit einer Abdeckung haben. Um diese Batteriebox hier einzubauen, muss man aber die Abdeckung abnehmen. Und die Batterien sind hier drin mehr oder weniger lose und könnten jederzeit rausfallen. Wir bauen das sicherlich noch zu, aber eine optimale Lösung ist das nicht. Und ich habe mir das jetzt auch nicht ausgedacht, sondern auch in der Anleitung wird einem das gezeigt, weil die Batteriebox mit der Abdeckung nicht in die Figur passt. Das hätte man meiner Meinung nach schon etwas eleganter lösen können. Ähnlich sehe ich das beim Einschalter. Denn den Einschalter betätigen wir mit einem umgedrehten Brick, der hier unten ist. Und dieser umgedrehte Brick betätigt den Taster. Aber dieser umgedrehte Brick ist nicht fixiert. Das bedeutet, wenn wir die Figur jetzt drehen würden, fällt der Brick raus und wir müssen ihn in diesem kleinen Loch irgendwie wieder reinbekommen. Auch das hätte man durchaus eleganter lösen können. Davon abgesehen hatte ich damit bisher einiges an Spaß. Ich hoffe natürlich, dass das so bleibt. Bau jetzt weiter und wir sehen uns gleich mit dem fertigen Astronauten wieder. Und damit ist der kleine Astronaut auf der beleuchteten Mondsichel auch schon komplett fertig. Und ich muss sagen, er kann sich doch für die Teilanzahl und den kleinen Preis auf jeden Fall sehen lassen. Das Set ist meiner Meinung nach nicht hässlich und bietet sich meiner Meinung nach super als kleines Dekoobjekt, vor allem eventuell in einem Kinderzimmer sehr gut an. Ebenfalls positiv, wie gesagt, die Steinequalität. Da hat soweit alles gepasst. Und das Ganze ist kompatibel mit Diamond Blocks. Ich habe es ausprobiert mit den Böllody Hunden und Katzen. Alle Steine lassen sich dort 1A mit den anderen Sachen verbauen, wodurch man einen super Teilespender für diese Transyellow Teile hat. Auch die Beleuchtung kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Wir haben hier 3 Modis. Einmal diesen Modi, wo er sehr schnell blinkt. Der gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Dann einen Modus, wo er etwas langsamer blinkt. Gefällt mir auch nicht unbedingt. Aber es gibt ja genug Leute, die auch auf sowas stehen. Und der Modus meiner Wahl, wo das Licht einfach konstant an ist. Ich finde es ein wenig schade, dass es nicht bis ganz hier oben in der Spitze leuchtet. Das geht aber nicht, weil hier ist gar kein Tunnel mehr für die Beleuchtung. Und die Beleuchtung ist eine große Stärke dieses Sets, aber auch eine große Schwäche dieses Sets. Ich habe euch schon gezeigt, wie die Batteriebox dort reingepfuscht wird. Das Ganze ist dann nicht gerade besser geworden, weil ich musste von der Batteriebox sogar noch den Knubbel vorn abschneiden, der sonst die Batterieboxabdeckung fixiert. Denn mit dem Knubbel hätte ich es nicht weiterbauen können. Das hat nicht reingepasst. Und das geht schon irgendwo gar nicht. Ich habe Verständnis, dass man bei einem kleinen Preis auch mal ein paar Kompromisse eingehen muss. Aber das war mir schon wirklich zu viel, dass man hier an einer Batteriebox Plastikabdeckungen abschneiden muss. Davon abgesehen ist das Endergebnis aber richtig schön mit der Beleuchtung. Die Beleuchtung ist auch nicht gerade dunkel. Also die macht schon ordentlich Dampf. Was aber natürlich bei der Beleuchtung noch zu beachten ist, eventuell muss man irgendwann Batterien wechseln. Da sind ja drei Knopfzellen drin. Und dann muss man alles bis hierhin nochmal auseinandernehmen. Anders geht es nicht. Man kommt hier nicht irgendwo ran oder hat eine Wartungsöffnung. Dem muss man sich auch bewusst sein, dass wenn man das öfters anhat, man es irgendwann auseinanderbauen muss, um neue Batterien reinzulegen. Und deshalb sage ich, die Beleuchtung ist hier so ein wenig Fluch und Segen zugleich. Segen, weil es sehr gut aussieht. Und in so einem günstigen Set auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal ist. Fluch wegen den ganzen anderen genannten Punkten. Zu dem Set gibt es auch noch einige Ersatzteile. Und das finde ich immer schön an Diamondblocks. Als letzten kleinen Kritikpunkt habe ich nur noch die Farbtreue der grauen Steine. Ich denke, ihr seht das, dass das nicht besonders farbtreu ist. Hier oben bei dem Helm des Astronauten. Also ihr seht schon, wir haben hier zwei lange Listen. Eine für Pro und eine für Contra. Und mein Fazit lautet bei diesem Set, wenn ihr gerne mal ein wenig rumbastelt, vielleicht auch Mox baut oder irgendwo kreative Lösungen finden wollt, dann habt ihr mit diesem Set trotzdem Spaß. Dann meckgeil wird man sich da schon etwas zusammen, damit das Ganze am Ende gut funktioniert. Für alle anderen, die stur nach Anleitung bauen wollen und so einen Stress eben nicht haben wollen, ist das Set überhaupt nichts. Die werden den Bau vielleicht abbrechen oder eben für den Bau, den sie erlebt haben, hassen. Deshalb gibt es von mir hier nur eine sehr eingeschränkte Kaufempfehlung. Denn ich halte selbst, wenn man es sich zusammen MacGybert, von so einer Konstruktion mit Strom nicht gerade sehr viel. Es sollte natürlich ja nicht viel passieren in so einem Set, aber das ist mir zu viel improvisiert. Ich verlinke euch natürlich unten wieder die App Temu, wo ihr das Ganze bestellen könnt, wenn ihr Interesse habt. Und wenn ihr dieses Set schon selber besitzen solltet, schreibt gerne eure Meinung dazu, wie immer, in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren und ihr helft der Community damit sehr weiter. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr auch wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.